Eine Frage haben wir noch, Herr Rahn. Laut einer Mittelstandsumfrage eines Versicherern bieten gerade 10% der KMU eine BKV an. Haben Sie dazu eine Erklärung, warum das so ist? Also erstmal würde ich das sogar bezweifeln mit den 10%. Ich schätze mal, dass da irgendwelche BKV-Verträge auch mit dabei sind, die vielleicht Arbeitnehmer finanziert als Rahmenverträge, weil 10% scheint mir relativ hoch zu sein, gerade bei den Kleinen. Und ich habe eine ganz klare Meinung dazu. Ich glaube, dass es einfach die Unkenntnis über das, was eine BKV leisten kann, ist. Ganz einfach. Ich glaube, dass das nicht bekannt ist. Ich glaube, dass man da irgendwie denkt, dass der Arbeitgeber, dass das Unternehmen denkt, okay, das ist irgendeine Zusatzversicherung. Das kann doch der Mitarbeiter irgendwie selbst machen. Also mit so kleinen Beiträgen, was ist jetzt der Vorteil? Also diese Durchschlagskraft, in welche Richtung das alles wirken kann, das ist überhaupt nicht bekannt. Und also allein der Punkt, was mich immer wieder neu begeistert, ich spreche es mal so rum, ist zu sagen, ich kann meinen guten älteren Mitarbeitern dann Zugang geben zu Gesundheitsschutz ohne Gesundheitsprüfung, die sie privat niemals hinbekommen würden. Richtig. Also was ist denn das für ein Vorteil? Also jedes Mal, wenn man das mit dem Unternehmer bespricht oder der Vermittler das mit dem Unternehmer bespricht, also weiß ich nicht, warum man nicht 20, 25, 30 Euro für so jemanden in die Hand nimmt, also für den guten Mitarbeiter, den leitenden Angestellten, den ein bisschen Älteren, um ihm das zu geben. Also und von dem Hintergrund bin ich wirklich überzeugt, in erster Linie ist es diese Unkenntnis, was eigentlich eine betriebliche Krankenversicherung leisten kann in verschiedene Richtungen. Dafür bin ich absolut überzeugt. Bei kleineren mittelständischen Unternehmen, meine klare Meinung, weil sie noch nicht angesprochen wurden. Ah, das ist auch ein Standpunkt. Der Markt dafür ist riesig. Wir haben gerade von 10 Prozent gesprochen, also hier habe ich einen 90 Prozent ungesättigten Markt. Ich muss die Menschen einfach ansprechen. Die Tür ist offen bei den Unternehmen, wenn ich es richtig mache. Gerade auch im Zusammenspiel als Gesundheitspartner mit betrieblichem Gesundheitsmanagement, das kennen vielleicht noch ein paar mehr. Oder betriebliche Krankenversicherung nicht alleine anzubieten, sondern wirklich ein ganzheitliches Gesundheitskonzept anzubieten. Die Türen bei den kleinen und mittelständischen Unternehmen bei richtiger Ansprache sind offen. Ja, zunächst mal, wenn man sich auch die Zahlen aus dem Markt anschaut und mal den Verband der privaten Krankenversicherer nimmt, ist das eigentlich die Kernzielgruppe, die es aktuell heute abschließt. Das sind im Schnitt 50 bis 70 Mitarbeitende, die entsprechend im Rahmen der betrieblichen Krankenversicherung im Schnitt eben installiert werden. Und die Praxis zeigt also, dass es geht. Es ist in der Tat eben ein Ansprachethema. Und da hat der Versicherermarkt in den letzten Jahren aus meiner Sicht sehr stark aufgeholt. Definitiv, man muss Erfolgsgeschichten erzählen. Also wir, die IKK Classic, haben auf unserem YouTube-Channel eine ganze Reihe Videos, wo Betriebe darüber berichten. Eben nicht Vertriebler, sondern Betriebe. Was sie dort erlebt haben im betrieblichen Gesundheitsmanagement, was das mit dem Betrieb gemacht hat. Und da gibt es Aussagen dabei, ich kann fast nicht wörtlich, aber fast zitieren, eine Friseurin, mal ganz bewusst Friseurmeisterin, mal rauszunehmen. Weil da reden wir eben tatsächlich von einem kleineren Betrieb. Das betriebliche Gesundheitsmanagement ist das Beste, was mir als Unternehmerin in den letzten Jahren begegnet ist. Und das hilft manchmal natürlich mehr als eine lange Ansprache eines Vertrieblers. Und deswegen zu dieser Überzeugung zu kommen, dass das auch in kleinen und mittelständischen Unternehmen wirkt und nützlich ist und am Ende einen positiven Return of Invest bringt, das ist natürlich total wichtig. Da würde ich wirklich widersprechen, weil Sie sind zu weit. Also die Frage ist halt, sind Sie schon angesprochen worden? Also gerade die KMUs, das ist Kernkompetenz der R&V, weil wir ja gerade aus dem Volks- und Reihe Warsensystem haben wir, sind das genau unsere Kunden. Und daraus haben wir auch jetzt wirklich die massive Steigerung bei uns im BKV-Geschäft hervorgeführt. Und das ist an der Stelle einfach ansprechen. Und wenn das angesprochen wird, identifiziert sich der Mitarbeiter ja auch mit der BKV ja ganz anders. Und zwar die BKV, wer steht sie denn ihm zur Verfügung? Das ist nämlich der Geschäftsführer, den ich ja auch privat vielleicht auch sogar kenne, aber persönlich halt kenne. Von dem bekomme ich die betriebliche Krankenversicherung. Das heißt also, da ist eine extrem hohe Identifikation vorhanden. Und wenn man vielleicht auch nochmal da einen Schritt weiter schaut, wenn wirklich ein Mitarbeiter einen schweren Unfall oder auch eine schwere Erkrankung hat und hat dann wirklich eine tolle Versicherung. Ja, von wem hat er dann diese Leistung bekommen? Die hat er dann nicht von der R&V oder von Pfefferminz hier bekommen. Klar stehen wir als Versicherer dahinter. Nein, er hat die dann wirklich von seinem Chef bekommen. Das ist wirklich diese Emotionalität. Diese Emotionalität, die gelingt es mir doch viel, viel besser, die wirklich in einem kleinen mittelständischen Unternehmen zu transportieren. Und das tun wir sehr erfolgreich. Und das ist auch das, was wir alle, glaube ich, im Markt mehr tun können. Und diese 10 Prozent ist für mich jetzt einfach nur eine Zahl. Und diese Zahl, die wird aber in ein paar Jahren ganz anders sein. Bin ich fest von überzeugt. Gerade von kleinen Unternehmen. Was macht denn ein Unternehmer mit drei, vier, fünf Beschäftigten, wenn der auf BKV angesprochen wurde? Der geht zu seinem Steuerberater. Stimmt. Und ich brauche als Vermittler alle Beteiligten an einem Tisch. Schwierig werden die Gespräche immer dann, wenn ich als Vermittler mit dem Unternehmer rede. Der Unternehmer spricht mit seinem Steuerberater und spricht der Unternehmer wieder mit mir. Da gehen ganz viele Konzepte verloren. Also ich muss es schaffen, alle Beteiligten am besten inklusive Steuerbüro an einen Tisch zu holen und das Konzept zu besprechen. Herzlichen Dank an meine Experten. Das war die Runde zum Thema. Betriebliche Gesundheit hat sich endgültig etabliert.